Ich freue mich auf diesen schönen Tag. Ich freue mich auf neue wunderbare Entdeckungen an diesem Tag. Ich bin dankbar für die Erfahrungen und Erkenntnisse, die ich heute machen kann. Ich fühle seelische und körperliche Kraft und Energie, die mich heute begleiten. Ich richte meinen Blick heute immer wieder auf die wesentlichen Werte des Lebens. Ich nehme mir Zeit, die Tagesziele zu überdenken und mich auf meine Aufgaben vorzubereiten. Ich erledige meine Aufgaben Schritt für Schritt in Ruhe und Gelassenheit. Ich sehe heute die positiven Aspekte in jeder Situation. Ich nutze jede konstruktive Chance, die sich mir bietet. Ich habe die Kraft in mir, um meine Aufgaben optimal zu erfüllen. Ich vertraue auf meine innere Stimme, auf die Weisheit meines Seins. Ich werde heute zu den richtigen Menschen und Situationen geführt und tue immer genau das Richtige. Ich bin heute der ruhende Pol, die starke Kraft, das strahlende Leben. Ich freue mich auf diesen Tag und begrüße ihn. Ich genieße heute mein Leben. Ich bewege heute meinen Körper für mein Wohlbefinden. Ich lebe heute in Freude und Harmonie und das Beste fließt in mein Leben. Ich bin wahre Lebensfreude und spüre die inspirierende Lebensenergie. Ich freue mich auf diesen schönen Tag. Ich freue mich auf neue wunderbare Entdeckungen an diesem Tag. Ich bin dankbar für die Erfahrungen und Erkenntnisse, die ich heute machen kann. Ich fühle seelische und körperliche Kraft und Energie, die mich heute begleiten. Ich richte meinen Blick heute immer wieder auf die wesentlichen Werte des Lebens. Ich nehme mir Zeit, die Tagesziele zu überdenken und mich auf meine Aufgaben vorzubereiten. Ich erledige meine Aufgaben Schritt für Schritt in Ruhe und Gelassenheit. Ich sehe heute die positiven Aspekte in jeder Situation. Ich nutze jede konstruktive Chance, die sich mir bietet. Ich habe die Kraft in mir, um meine Aufgaben optimal zu erfüllen. Ich vertraue auf meine innere Stimme, auf die Weisheit meines Seins. Ich werde heute zu den richtigen Menschen und Situationen geführt und tue immer genau das Richtige. Ich bin heute der ruhende Pol, die starke Kraft, das strahlende Leben. Ich freue mich auf diesen Tag und begrüße ihn. Ich genieße heute mein Leben. Ich bewege heute meinen Körper für mein Wohlbefinden. Ich lebe heute in Freude und Harmonie und das Beste fließt in mein Leben. Ich bin wahre Lebensfreude und spüre die inspirierende Lebensenergie. Ich freue mich auf diesen schönen Tag. Ich freue mich auf neue wunderbare Entdeckungen an diesem Tag. Ich bin dankbar für die Erfahrungen und Erkenntnisse, die ich heute machen kann. Ich fühle seelische und körperliche Kraft und Energie, die mich heute begleiten. Ich richte meinen Blick heute immer wieder auf die wesentlichen Werte des Lebens. Ich nehme mir Zeit, die Tagesziele zu überdenken und mich auf meine Aufgaben vorzubereiten. Ich erledige meine Aufgaben Schritt für Schritt in Ruhe und Gelassenheit. Ich sehe heute die positiven Aspekte in jeder Situation. Ich nutze jede konstruktive Chance, die sich mir bietet. Ich habe die Kraft in mir, um meine Aufgaben optimal zu erfüllen. Ich vertraue auf meine innere Stimme, auf die Weisheit meines Seins. Ich werde heute zu den richtigen Menschen und Situationen geführt und tue immer genau das Richtige. Ich bin heute der ruhende Pol, die starke Kraft, das strahlende Leben. Ich freue mich auf diesen Tag und begrüße ihn. Ich genieße heute mein Leben. Ich bewege heute meinen Körper für mein Wohlbefinden. Ich lebe heute in Freude und Harmonie und das Beste fließt in mein Leben. Ich bin wahre Lebensfreude und spüre die inspirierende Lebensenergie.